Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Bei uns wird draußen vom Fenster gerade fleißig Rasen gemäht. Ich hoffe man hört es nicht zu sehr, aber es ist schon... Ich höre es, aber schauen wir mal. Ich hoffe in der Aufnahme landet es nicht. Das Rauschen. Oh, wartet mal, ich habe ein Echo auf den Ohren. Okay, jetzt passt es. Versuchen wir es hier. Wie gehen wir vor? Wir mucksen die Typen ab und stehlen ihr Boot? Wir holen uns auf jeden Fall ihr Boot. Ob es zum Kampf kommt, liegt daneben. Hoffentlich sind es nicht zu viele. Es sind immer zu viele, Jessie. Es sind immer zu viele. Und das müsstest du mittlerweile wissen. Flasche. Schere. Ach Quatsch. Explosiv. Explosivschere. Aber hier ist eine Schere. Als hätte ich es gewusst. Als hätte ich Gedanken lesen können. Ich bin jetzt übrigens an dem Punkt, an dem ich das Spiel privat für das letzte Special schon komplett durchgespielt habe. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe nicht vor, vorzuspielen, als wäre für mich alles neu oder so. Ab jetzt bin ich nicht mehr überrascht. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich erlebe es nicht mehr neu. Aber ich kann jetzt quasi darauf eingehen, wie es mir beim ersten Mal ging. Beziehungsweise jetzt auch beim zweiten Mal. Und habe aber trotzdem vielleicht noch wichtig, nicht vor, das Spiel zu spoilern. Für alle, die es noch nicht gesehen haben und dies jetzt hier zum ersten Mal sehen. Ich werde nix beulen. Ähm, nee. Nö, nö. Machen wir nicht. So. Ab ins Loch. Hier ist alles zerstört. Na sowas. Äldritsch. Der Äldritsch-Horror. Wo müssen wir denn hin? Muss ich gar nicht darunter. Oder geht's hier weiter? Das sieht, das sieht eigentlich noch weitergehend aus. Oh, ist das hier ein Geheimgang eventuell? Ne, ich glaube, geheim nicht unbedingt, aber ein alternativer Weg hier hätte ich quasi auch lang können. Okay, alles klar. Albebeck. Ich hätte in Wirklichkeit so Schiss, dass das über mir zusammenbricht. Aber andererseits, ne, keine Ahnung. Hält wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten in dem Zustand. Warum soll es ausgerechnet jetzt einstürzen? Die Lianen haben ja auch ein bisschen Halte-Power. Naja. Keine Ahnung. Hier. Haps, Kalos. Diese magische Tassenlampe, oder? Die hat sie vorne am Pullover. Aber ich kann damit... Hui. Okay, wir müssen kurz Luft holen. Und können wir wieder rumblödeln. So. Und? Oh-oh. Oh-oh. Ihr vier, bringt die Landebrücke zum Jagdhafen. Der Rest von euch bleibt hier und fassen uns Befehle. Ach, zur Hölle. Wir sollen hier warten, während unsere Leute abgeknallt werden? Wir haben Befehle. Sie haben mehr als genug Leute für einen Schafschütze. Das ist im Grunde einfach nur ein anderes Wort für Hirte. Ein Schafschütze. Jemand, der Schafe beschützt. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist, ehrlich gesagt. Was haben die denn gegen... gegen Leute, die Schafe beschützen? Wupp. Wow. Glitschi Seil. Auch nicht schlecht. Verdammte Scheiße. Halle. Hierdurch kommen wir zum Jachthafen. Nein. Wir nehmen das Boot. Du hast sie doch gehört. Sie reden über Tommy. Das wissen wir nicht. Wer soll es sonst sein? Wenn er es ist, dann kommen wir ohnehin zu spät. Er ist unterwegs zu Abby, also müssen wir einfach... Und wenn er in Gefahr ist? Er kann schon auf sich aufpassen. Scheiße nochmal. Wenn wir Tommy helfen wollen, dann müssen wir Abby folgen. Wenn du das machst, rette ich dich nicht nochmal. Wann haben wir ihn denn schon mal gerettet? Könnte ich mich gar nicht erinnern. Der Motor läuft jetzt wieder. Wo soll ich helfe? Fahrst auf der anderen Seite. Ja, danke. Das Boot fährt weg. Ich glaube, hier kommen wir nicht hinterher, oder? Nee. Sind wir von da gekommen? Oder? Nicht. Das ist hier die Frage. Der Eindringling ist hier! Mist. Ich dachte mir, das ist bestimmt voll super. Da kann man sich bestimmt voll gut von hinten anschleichen. Aber wirklich, wie blind seid der eigentlich? Oh. Ah, ein Schaufensterpuppe. Ich dachte schon, da ist ein Zombie oder irgendwie so. Unter Wasser. Witzig. Das funktioniert echt ein bisschen zu gut schon fast, oder? Mit immer wieder abtauchen. Auftauchen. Aber das lernen wir doch schon in irgendeinem Rambo. Ich weiß nicht, in welchem. Ich habe die mal gesehen, aber das war vor ungefähr einer Milliarde Jahren gefühlt. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es eine Szene gibt, wo Rambo irgendwo aus dem Wasser guckt. Mit sehr viel mehr Erinnerungen habe ich an dem Film nicht mehr. Aber der guckt doch mal aus dem Wasser. Na? Das funktioniert wirklich echt ein bisschen zu gut. Hier kann man die KI echt super austricksen. Der Täter kehrt immer wieder zum Tatort zurück. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit ziemlicher Quatsch. Das ist so ein Krimi-Klischee, aber auch so alte Krimis. Heute, heute glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ich gucke jetzt keinen Tatort oder so. Keine Ahnung, ob das da noch vorkommt. Dieses Klischee, dass die Täter immer wieder an den Ort des Verbrechens zurückkehren. Ich glaube nicht daran. Ich halte das für Quatsch. Wie kann man jetzt gleich nochmal die Luft anhalten? Irgendwie ging das, ne? Das hat mir ein Tutorial mal verraten. Hätte ich jetzt gern das Ziel, wie sie es schon gehabt. Oh, hinter mir. Oh, über mir. Ich habe einen genialen Plan. Ich tauche unter. Darauf kommen die nie. Scheiße, wo ist sie? Na gut, das hat scheinbar nicht mal jemand wirklich mitbekommen. Nope, sorry. Dicht mochte anscheinend niemand. Die kommen nicht mal, um nachzusehen. Nichts entkomme, lasse. Nichts entkomme, lasse. Ich höre die ganze Zeit dieses Gleichschied-durch-jemand-Geräusch. Aber mich sieht überhaupt niemand. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Aber die Schaufensterpuppen, die machen mich wahnsinnig. Ich meine immer im ersten Moment so. Da ist wer. Aber da ist gar niemand. Oh oh, ich muss gleich niesen. Oh oh. Ah. Dann verrate ich mich. Ich frage mich, das müsste man mal, kann man bestimmt irgendwo nachschauen, oder? Ich frage mich das schon manchmal beim Niesen, so während des Autofahrens, für wie viel Kilometer, wenn man auf der Autobahn mit, sagen wir, 120 unterwegs ist. Könnte man ganz leicht ausrechnen, aber ich jetzt nicht. Ah. Man da die Augen zu hat und blind fährt. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich gefährlich, Niesen beim Autofahren. Bei hohen Geschwindigkeiten auf jeden Fall. Naja, aber auch in der Orts. Wie schnell da mal irgendwie ein Kind über die Straße rennt, während man niest und zack, Katastrophe, ne? Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Niesen ist, glaube ich, lebensgefährlich. Da kann einem der Kopf platzen, nämlich. Wenn man zu sehr niest. Ah, da unten ist noch wer. Ja, ich würde so gern mal einen Sprungangriff machen, aber ich krieg's nicht hin. Fast. Ah, da ist das Boot, oder? Vielleicht müssen wir ja gar nicht unbedingt alle umbringen. Oh, oh, dich wahrscheinlich schon noch. Mist. Au, hör jetzt auf. Nein, der spinnt doch. Verdammt nochmal. Diese blöde Schrubflinde, ey. Hier sind noch mehr. Das gibt's doch gar nicht. Wenigstens haben sie keine Hunde dabei. Aber hey, ähm, wo ist denn... Ich bräuchte... Ich hab irgendwo nen Snack liegen lassen. Den suche ich eigentlich gerade. Ich fühle mich so snacky. Gimme some snacks. Na, ist okay. Dann nehmen wir mal ein Heilpäckchen, weil der mit der Schrubflinde hat uns gerade ganz schön aus nächster Nähe in kleine Fetzen geschossen. Ich baue mal einen Schalldämpfer. Nicht, dass der schon jemals nützlich war. Nein, das stimmt nicht. Der war schon nützlich. Durchaus. Nur nicht so nützlich, wie ich das gerne hätte. In so großen Gebieten könnte ich mir eigentlich anfangen, an so ein paar Durchgängen immer Bewegungsmelder-Bobminen zu platzieren, ne. Einfach mal so, während ich durchs Gebiet gehe und kämpfe. Damit die schleichenden Gegner explodieren. Ich glaube, ich gehe mal schnell darüber. Eigentlich nur, weil ich mal kurz gucken will. Das ist wieder ein Kampfgebiet. Ich glaube, in Kampfgebieten gibt es keine Rätsel, gibt es keinen Super-Loot oder sowas. Aber ein bisschen genauer möchte ich mich umschauen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Das wollte ich noch sagen, weil ich habe ja das Spiel durchgespielt. Mir ging es aber da wirklich hauptsächlich um die Hauptstory, damit ich quasi darüber reden kann und Videos darüber machen kann, damit ich alles mal gesehen habe. Ich habe mich aber in meinem privaten Playthrough nicht sehr gut umgesehen. Ganz im Gegenteil. Das heißt, es gibt noch viel zu entdecken quasi, von dem ich wahrscheinlich keine Ahnung habe. Vor allem so kleine Rätsel und Bonus-Loot und sowas. Ich habe mich wirklich nicht gut umgesehen. Hä? Warum kann ich denn kein Heilpäckchen nehmen? Ach, weil ich eins gecraftet habe. Hätte ich mal keins gecraftet. Hier liegt ein gratis Heilpäckchen rum. Tja. Und hier liegen Snacks, damn it. Aber ich hatte Angst. Mit so wenig Leben sind die Gestürb mal, doch schnell mal. Dawn of the Wolf. Moonlight, das sieht auch... Ich frage mich, ob das echte Filme sind. Ich kenne keinen Film namens Moonlight, aber vom Stil her sieht es ziemlich auch wieder nach Hotline Miami aus. Das ist ja schon in der einen Szene, in der man dieses Mädchen umgebracht hat mit einem Messer, die gerade PSP gespielt hat. Die hat Hotline Miami gespielt. Und Hotline Miami ist ein super gutes Spiel. So ungefähr ist das Spiel. Leitern im Kopf. Lost in Thoughts. Das ist auch kein schlechtes Spiel, oder? Sich Filmplakate anschauen, ohne den Titel zu kennen. Ich glaube, das wäre auch im echten Leben nicht schlecht. Filmplakate, wo man den Titel rausretuschiert hat. Und dann muss man sich selber den Titel dazu... ...dazu... ...überlegen. Ähm. Phantomas Returns. Das wäre was, oder? Stellt euch mal vor, jetzt, im Jahr 2020... Wartet mal. Lebt Louis de Finet eigentlich noch? Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn... ...könnte man jetzt einen Phantomas Reboot machen. Oder den Nachfolger. Phantomas 4. The Legend Returns. Es sind in letzter Zeit... Ich weiß es wirklich nicht. Es sind in letzter Zeit so viele Leute gestorben, die... ...also so Berühmtheiten aus den 70er, 80ern und vorher. Aber, ich meine... ...keine Ahnung. Oh oh. Dass ich... ...wirklich alles durcheinander bringe. Ich glaube, Bud Spencer ist wirklich gestorben. Oder? Den bringe ich nicht durcheinander. Naja. So ist das eben. Alles okay. Mit alt werden. Ich fände das so cool... Kann ich den ins Wasser schubsen? Nee, das geht nicht. Ich hätte mich nur interessiert. Das wäre lustig gewesen. Ah, jetzt hat er ganz nasse Stiefel. Jetzt kommt er ins Jenseits. Und steht vor den Toren. Ah, okay. Das war der letzte. Und steht vor den himmlischen Toren. Vor Petrus. Und der schaut ins Buch und sagt... Ja, ist cool. Du kannst reinkommen. Und dann macht er zwei Schritte. Und das macht... Und dann sagt Petrus... Moment mal. Mit den Stiefeln... ...kommst du hier bei uns nicht rein. Die ganze Sauerei, die du hier reinziehst. Und dann kommt er in die Hölle deswegen. Und dann... Katastrophe. Nur wegen mir. Nur weil Ellie unbedingt... Ich würde so gern die Sprengpfeile mal testen. Aber ich will sie echt auch nicht verschwenden. Das ist echt blöd. Ah, come on. Klasse. In Wirklichkeit ist das nicht so schwer, so einen Motor anzuwerfen wie in dem Spiel. Na, so schwer ist es ja auch wieder nicht. Irgendwie ist das... Das finde ich bei der Steuerung von dem Boot komisch. Eine komische Entscheidung. Weil... Rückwärts fahren tue ich mit dem linken Stick... Äh, mit dem linken... Mit der linken Schultertaste. Wie man es erwarten würde von so einem Fahrzeug in einem Videospiel. Aber mit der rechten Schultertaste gebe ich nicht etwa Gas oder so. Da mache ich gar nichts. Sondern wenn ich nach vorne lenke, gebe ich Gas. Und das ist komisch. Weil nach hinten lenken ist nicht rückwärts fahren. Warum? Warum? Soll den leichten Weg ich gehen, stetig wie der Sommerbach. Oder lieber den, wo die Wellen sind. Zwar irgendwie wackelig, aber dafür interessanter. Ich glaube, so ähnlich geht das Pocahontas Lied. Aber für heute ist jetzt erstmal Schluss. Und morgen nehmen wir dann den Fluss Richtung Aquarium. Macht's gut. Bis dann. Ciao.